Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ja, letztes Mal wurde das Boot fertig gebaut. Damit können wir zur Festung hin und den einen Typen retten. Ich bin schon gespannt, wie sich das steuern lässt. Sabon wird uns ein Leben lang verfolgen, sollten wir dieses Schiff kaputt machen. Ich würde sagen, rein in das Ding. Okay. Und wir fahren das Ding. Boah, ist das schnell. Ist ja richtig schnell. Aber es hat einen immensen Wendekreis. Boah, ist das. Wie ist es denn, wenn ich auf dem Boot kämpfe? Kann ich jeden überhaupt kämpfen? Baby-Koralle? Wenn Baby-Koralle entführt... Ich glaube, die ist schon weg. Wie ist denn, wenn ich auf dem Boot kämpfe? Wie ist denn, wenn ich auf dem Boot kämpfe? Wie ist denn, wenn ich auf dem Boot kämpfe? Wie ist denn, wenn ich auf dem Boot kämpfe? Wie ist denn, wenn ich auf dem Boot kämpfe? Wie ist denn, wenn ich auf dem Boot kämpfe? Wenn ich auf dem Boot kämpfe? Wie ist denn, wenn ich auf dem Boot kämpfe? Wie ist denn, wenn ich auf dem Boot kämpfe? Wenn ich auf dem Boot kämpfe? Wie ist denn, wenn ich auf dem Boot kämpfe? Wie ist denn, wenn ich auf dem Boot kämpfe? Wie ist denn, wenn ich auf dem Boot kämpfe? Wie ist denn, wenn ich auf dem Boot kämpfe? Wie ist denn, wenn ich auf dem Boot kämpfe? wahrscheinlich genau im richtigen moment das ding abgebrochen das ding abgebrochen das ding abgebrochen die merken das doch sofort die merken das ding abgebrochen 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 ich frage mal nicht wo sie weitere her hat das ding abgebrochen 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 du könntest dich verstecken aber nicht mit mir ich bin gespannt das ding abgebrochen das ding hat von sich aus gedreht aber autopilot okay autopilot funktioniert nicht so wie ich dachte er fährt einfach nur dann von sich aus schnell in die kajüte auch mal gucken gucken wir uns mal die kajüte ach hier kann ich trainieren und so weiter ich habe also jederzeit die möglichkeit die boden cp damit zu nutzen kann ja mal gucken ob ich juwelen gerade schmieden kann ja hier kann ich zumindest schon mal auf der fünf hof wussten das war das einzige was ich wussten konnte dass am anfang sondern wenn wir uns noch eben kurz was gekocht ist das autopilote ist wirklich einfach nur er gibt automatisch gas ich muss dann die tasten nicht halten ok wir haben die küste erreicht dann holen wir uns mal die informationen von hier haben wohl wahrscheinlich ersten langen weg von uns wie gesagt die umgebung von der insel ist schön ich gehe einfach mal an euch vorbei wir fangen gar nicht erst den streit an das ist das ding was wir suchen oder das ist wahrscheinlich leichter gesagt als getan hier ist ein händler ich würde sagen wurden entdeckt helfen wir uns jetzt auch im kampf sie haben was geholt nämlich verstärkung naja zumindest ein ding mal eben kurz umgeworfen okay einmal das ablenken fällt und kenne wir prüge ja die ganze truppe also nicht gleich die der angst kette sie fühlt sich ein bisschen verschwendet an aber es sollte ja eigentlich trotz allem alle treffen also der pionier ist schon seit dem ersten ding tot ja mehr oder weniger verschwende das hätte man wenn auch die da oben ziehen müssen aber wir können ja anders noch aufwischen jetzt ist da einiges kaputt gegangen das ist glaube ich der letzte von denen ja klingt gut so uroboros does training as well huh you're shania shania reeds about your rescue mission gondor and i are friends from the crib i don't know that word crib does it mean you've known each other for a while i guess you don't use that expression huh why even use words feels like we're just talking at cross purposes sorry about that no what forget it well gonna answer my question you mean about training yeah that's the thing mimi and the others are doing the others are doing their best i need to as well anything to help me get an edge so ah mimi is it that's what you call her the one with the long years yeah we've always been in the same colony your friends that might be saying a lot she's kind of like my role model she's strong kind mega dependable you're sara right huh oh it's you are i'm mio third turn we haven't met before have we oh i'm sorry your name totally slipped my mind but i don't think we've talked before uh um you know i was just looking for a training partner for the trial i like to think i'm pretty quick on my feet but i'm not really strong enough our captain said you would make a good addition and that you're super strong he's exaggerating i'm totally average totally wanna try team it up with you you sure i'm a nobody sure i'm sure i'm literally asking you right now it's your choice well if you really don't mind sure really golden we're a team then thank you role model she's the one who's kept me going i wouldn't be here otherwise and after meeting you guys now i understand what life's really all about a part of nature's cycle i'd never even thought about it before but it's pretty amazing huh how is it natural huh why should we swing our blades around without a hope of winning better to die and be born again inside their cycle just pulling your leg caught you off guard well yeah you kind of did how'd you expect me to react to that hey do you always work so hard for approval that fun huh you can tell that's right because we're just the same you can tell come on now be true to yourself be true to yourself do you come on now hey uh maybe what's up Speak to me. Uh, uh, um, it's, uh, lovely weather we're having. I don't know I'd say lovely, a bit overcast. Oh, you're right. Silly clouds. Guess I had my head in them. Huh? Hmm, what was that about? Ich glaube, die eine hat wesentlich mehr Probleme, als sie, äh, von sich geben will. Scheint ja auch ein, äh, Konsul damals begegnet zu sein. Ich glaube, die eine hat wesentlich mehr Probleme, als sie, äh, von sich geben will. Ich sehe, einige Relationen haben verändert. Ja, äh, schaden, ja. Ich hab hier ein bisschen Akku drauf. Na gut, ne? Da haben wir ja dann schon mal ein Ziel fürs nächste Mal. Wenn wir jetzt noch mit den Händlern, äh, Noponen hier reden. Wir kriegen ja immer noch ein Steinchen. Gut, ich sage noch mal. Ich kann sprichern, äh, aus. Ich kann halt ein Zettelfilter patch sein. so was hast du denn so im shop einfach mal gucken was so verkauft wird das ding ist mehr kontraproduktiv dafür müsste man durchgehend maximale power haben bei angstketten wäre das eigentlich ganz gut sei da hat man sich einmal hoch werden dass man durchgeht ja auch 100 prozent aber wirklich was kaufen davon würde ich jetzt nicht ja gut man sieht dass die karte hier gewaltig ist ich denke mal allein um das mehr zu erkunden könnte man stunden verbrauchen guck mal ich bin ja bisher jetzt nur straight up dorthin gefahren zu den einzelnen dingern und wir haben hier verdammt viele missions eignisse also neben questen da gehen wir auf jeden fall beim nächsten mal hin so sind jetzt beim schiff ich würde aber trotzdem sagen wie man hier jetzt freude schluss die eine festung können wir beim nächsten mal inspizieren sequenzen fressen und zu tage hat viel zeit aber es ist ja nicht weiter schlimm ist ja ganz spannend da immer zuzusehen auch wenn sich sender ein bisschen merkwürdig verhalten hat ich hoffe ihr hattet alle spaß mit dem heutigen part wenn ja kennt ihr den drill ein abo und ein like da lassen und wir sehen uns beim nächsten mal wieder tschau leute bis dann hmmm hmmm Vielen Dank.